Ich glaube auch, dass man in der Hinsicht irgendwie sagen kann, Mentalcoach ist wichtig und so weiter und so fort in der Situation. Allein schon nur, um andere Gedankengänge zu haben, vielleicht auch Gedankengänge selber zu Ende zu denken und dann irgendwie einen Schluss zu haben in der Hinsicht zu sagen oder den Entschluss zu treffen, zu sagen, hey, vielleicht mache ich weiter. Wenn ich auch nicht weitermache, ist das auch in Ordnung. Wenn ich vielleicht nicht sofort fit bin, ist das auch okay. Ich gebe mir die Zeit. Hattest du in der Zeit damals vielleicht Kontakt mit einem Mentalcoach? Also ich hatte ja kurz angeschnitten, ich habe zweimal mit einem trainiert, schrägstrich gesprochen und der hat mir einfach verschiedene Hinweise oder Tipps gegeben, wie man sich zum Beispiel nach dem Spiel verhalten soll, wenn das Spiel jetzt nicht so gut war, weil ich jemand bin, der generell sich immer alles, was passiert ist im Training oder im Spiel noch Tage danach zu Herzen genommen hat und drüber nachgedacht hat, weil einfach ich von der Art her perfektionistisch bin beim Fußballspielen. Und genau, und ich hatte ja angeschnitten kurz, dass wenn ich dich vielleicht damals in der Zeit gehabt hätte, mit dem Zeugs, was du jetzt gerade machst, dass mir das unglaublich geholfen hätte, weil du pushst ja einfach den Menschen, den du betreust, sehr, sehr und unterstützt ihn auf mentale Weise, dass er sich nicht hängen lässt, dass er an sich glaubt, dass er weiter Gas gibt, auch wenn es eigentlich aussichtslos ist. Aber du bist wirklich also echt sehr, sehr positiv und unterstützt da deine Mitmenschen. More love an dich, Patrick. Es freut mich sehr. Und ich muss auch dazu sagen, viele junge Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, sind im regen Austausch immer wieder mit mir. Also es gibt den einen oder anderen Spieler, den kennst du auch, der macht selten Spiele, ohne mich davor anzurufen, um einfach nur meine Gedankengänge zu einer gewissen Thematik zu wissen oder zu fragen, hey, wie sieht es aus und so und so und so. Weißt du? Weil ich glaube, dass es wichtig ist manchmal, einen zu haben, der in meinem Alter ist oder im ähnlichen Alter und der sich noch besser in eine gewisse Situation oder in Lage versetzen kann, als dieser eine Mensch, der vielleicht 40, 50, 30 Jahre älter ist als ich und wo es wieder auf so einer ganz anderen Ebene ist. Genau. Weil wenn ich mit jungen Menschen zusammenarbeite, ist das immer aufentspannt. So, wir sprechen die gleiche Sprache, ich weiß, was der Gegenüber hat und kann es nachvollziehen, weil ich es im Umkehrschluss selbst erlebt habe. Ich kann immer nur sagen, diese sechs Wochen auf der Bank pendeln, vorm Frankleich, ich bin ein anderer Mensch geworden. Und das Ding ist ja, wie gesagt, die Schule läuft trotzdem weiter. Du musst trotzdem Klausuren schreiben. Du kannst nicht sagen, hey, stopp, es läuft nicht im Fußball. Oder wenn Familienmitglieder krank werden, wie gehst du damit um als junger Spieler? Ich war in der U17 und da wurde jemand aus meiner Familie krank. Es wusste keiner. Ich habe es mit mir selbst ausgemacht. Weißt du? Und jetzt im Nachhinein sage ich, vielleicht wäre es toll gewesen, wenn ich jemanden wie mich selbst, also einen Mentalcoach, an meiner Seite hätte, der mir gesagt hat, weißt du was, so und so sieht es aus, daran kann man arbeiten. Und es ist in Ordnung, dass du so fühlst, wie du fühlst. Und ich finde es interessant, dass du das angesprochen hast und dass du es auch gemacht hast. Weil bei der Eintracht gab es ja vielleicht sogar teilweise die Möglichkeit, einen Psychologen zu Rat zu nehmen oder beiseite zu nehmen oder sich helfen zu lassen in der Hinsicht. Aber was hat dich vielleicht ein bisschen gehemmt, ihn anzusprechen? Oder hast du ihn sogar angesprochen? Nein, das nicht. Also wie gesagt, ich hatte den von meiner Beraterseite ein-, zweimal mit ihm gesprochen. Und ich glaube, wie du sagst, wenn du jemanden hast, der in deinem Alter ist, der dich vielleicht sogar gut kennt und dich versteht, ist es einfacher, mit der Person darüber zu sprechen. Also ich spreche ja jetzt über meine privaten Probleme. Würde ich jetzt nicht mit dem Mentalcoach vom Fußball sprechen, sondern würde es mit meinem besten Freund ausmachen. Und deshalb glaube ich, wäre es einfach gut, wenn das noch mehr machen würden. Klar muss man auch der Typ dafür sein. Aber deshalb, also ich finde das überragend, dass du das machst. Und ich glaube, du hilfst ganz vielen jungen Menschen, vor allem durch deine Videos, die du täglich postest, einfach weiterzumachen und weiter Gas zu geben und an sich zu glauben. More love an dich, Patrick. Dankeschön. Lass uns weitermachen in der Hinsicht. Also, wir haben jetzt dieses Jahr U19. Ja, hast du damals deinen Profi-Vertrag unterschrieben? Mhm, genau. Also ich weiß das Datum tatsächlich noch. Das war der 1. Februar 2019. Weil ich glaube, sowas vergisst man auch nicht so schnell. Ja, das sollte man auch nicht. Das ist ein besonderer Tag. Und das ging eigentlich relativ schnell. Ich habe einen Tag vorher die Nachricht gekriegt, dass ich den Vertrag unterschreiben soll. Und dann ging eigentlich auch alles recht schnell. Ja, die ganzen Formalitäten haben mein Berater gemacht. Und einen Tag später habe ich den Vertrag dann unterschrieben. Und ja, war natürlich super glücklich. und ich habe mich riesig gefreut und versuche dann den ganzen Ansporn mitzunehmen in die nächsten Trainingseinheiten und die nächsten Spiele. Hast du dich da nochmal so ein bisschen verletzt in der Zeit? Ja, meine dann Februar war die Vertragsunterschrift. Und in der Vorbereitung zur neuen Saison dann im Juli, August habe ich mir wieder die Bänder gerissen und habe dann die ganze Vorbereitung verpasst. Und da war vier bis sechs Wochen draußen und bin dann praktisch als die ersten zwei, drei Spiele von der neuen Saison schon gelaufen sind, wieder zurück im Training. Und das war halt schwierig, weil du eine ganze Vorbereitung verpasst. dann Anschluss zu finden. Stimmt. Kann ich nur nachvollziehen. Und wie ist dieses Profi-Jahr? Du warst ja faktisch Profi abgelaufen. Wie ist es so für dich gewesen? Was für Erlebnisse hattest du? Hast du irgendeinen Key-Moment, wo du sagst, oh, krass. Das ist so ein bisschen, daran werde ich mich wohl noch die nächsten zehn Jahre erinnern. Also so einen richtigen Key-Moment habe ich jetzt nichts speziell im Kauf. Ich glaube, es hat sich auch eigentlich nicht so viel geändert, weil ich ja ganz normal in meiner Mannschaft, in der U19, weitergespielt habe. ja ab und zu mal bei den Profis trainiert habe, jetzt während Länderspielpausen oder auch mal mitgespielt habe in Testspielen. Aber so viel würde ich eigentlich nicht sagen, dass sich verändert hat. Klar wirst du dann vielleicht mal bei Spielen oder sowas angesprochen. Aber so viel hat sich jetzt für mich nicht geändert. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Typ für, wo sich dann hätte verändern können durch das, weil ich einfach dankbar war, dass ich den Provertrag unterschreiben durfte und einfach weitermachen wollte, wie gewöhnlich auch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Du bist nicht der Typ, der abhebt. Ja, bodenständiger Typ. Und ich glaube, das macht dich auch sehr, sehr aus. Das feiere ich. Dann hast du ja ein Jahr einen Vertrag gehabt. Genau anderthalb, weil im Februar habe ich den unterschrieben. Okay, verstehe. Okay. Als der Vertrag ausgelaufen ist, was hast du für Gedankengänge gehabt und für was hast du dich dann letztendlich entschieden? Weil ich glaube, dass es signifikant ist für ganz, ganz viele Fußballer, also beziehungsweise das zu verstehen. Genau, also der Vertrag ist dann im Sommer 2020 ausgelaufen. Das wird ja vorher schon ein bisschen kommuniziert, dass es keine Vertragsverlängerung geben wird. Und dann ist man da im regen Austausch mit seinem Berater, der guckt, wo der Weg hingehen könnte zu einem neuen Verein. Ich war dann zweimal im Holland zu jeweils, ja, also bei zwei Vereinen, eine Woche dort, eine Woche dort, zum Vorspiel praktisch. Also ich habe eine Woche mittrainiert und sogar ein Testspiel mitgemacht. Das hat beides nicht gepasst. Ja, von Vereinsseite nicht. Also von meiner Seite hätte ich es mir bei einem Verein vorstellen können. Und als ich dann zurück gewesen bin, habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich nicht weitermachen möchte. Klar hat man sowas vorher schon im Kopf, also das entscheidet man ja nicht über Nacht. und habe das dann so mit meiner Familie kommuniziert und mit meinem Berater kommuniziert. Und ja, ab da war dann eigentlich so der Punkt, wo dann die professionelle Karriere, in Anführungszeichen, zu Ende war. und bin dann recht schnell zu einem Verein gewechselt, der drei Ortschaften weiter von meinem Elternhaus ist und habe da dann weiter trainiert und weitergespielt. und genau, habe dann meine, habe dann angefangen, Bewerbungen zu schreiben, weil ich eine Ausbildung machen wollte und habe das in ganz viele verschiedene Berufe gemacht und dann Bewerbungsgespräche geführt und mache jetzt seit letztem Jahre, September, also seit 1. September 2021, die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Super, Patrick. Ich glaube, das ist signifikant. Es wollen so viele junge Fußballer Profi werden oder Menschen, die Fußball spielen, Profi werden. Du warst Profi und hast dann letztendlich gesagt, wisst ihr was, es war toll, ich bedanke mich für die Zeit und ich habe ganz, ganz viele Erfahrungen mitgenommen, aber das ist nichts mehr für mich. Ich will nicht mehr auf professioneller Ebene spielen. Ich mache eine Ausbildung im Büro und ich bin happy und das sehe ich dir an. Du bist, glaube ich, echt glücklich. Zwar manchmal gestresst, aber das ist normal, Arbeitsleben. Im Fußball bist du genauso gestresst und ich würde gerne wissen, Patrick, würdest du dich noch mal entscheiden, wenn dir die Frage gestellt werden würde, Profi oder Arbeitsleben? Also Stand jetzt ist meine Antwort Arbeitsleben. Ich spiele ja nebenher trotzdem gerade weiter Fußball. Props an SV 07 Geinsheim meint mir ein. Boah, 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 boah. Genau, also Stand jetzt oder meine Antwort jetzt ist Arbeitsleben, weil es gut kombinierbar ist mit dem Fußball trotzdem und ich trotzdem noch für die Zukunft andere Ziele im Fußball habe, vielleicht nicht selbst als Spieler, aber vielleicht wird man ja von mir hoffentlich irgendwann mal hören. Ja, gerne. Patrick, es war mir eine Freude. Du bist so ein geiler Typ, ein geiler Kerl, ein ehrlicher Mensch, der eine außergewöhnliche Geschichte hat, ein Top-Talent, irgendwo in der Jugend gewesen, immer in der Nationalmannschaft, der dann Profi wurde und gesagt hat, hey, wisst ihr was, das Profileben ist schön, aber ich mache jetzt eine Ausbildung im Büro und ich bin damit happy. Ich glaube, ganz, ganz viele junge Menschen müssen diesen Podcast hören, weil manchmal ist Profi sein nicht alles, sondern auch das Leben ist ganz, ganz wichtig, dass man dort auch Erfahrungen macht und sich weiterentwickelt. Patrick, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen im From Player to Player Podcast mit Patrick Finger heute. Hast du noch was zu sagen? Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, Oji. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank für die Möglichkeit, ein bisschen über meine Vergangenheit zu reden. Ich hoffe, das kann dem einen oder anderen helfen. Was ich vielleicht noch dem einen oder anderen mitgeben wollen würde, ist, einfach nie den Spaß zu verlieren, immer zu kämpfen, sich nicht hängen zu lassen und es werden immer schlechte Zeiten geben und es werden einem immer Steine in den Weg gelegt. Daher einfach immer weitermachen, immer Gas geben, positiv bleiben, an sich glauben und am allerwichtigsten einfach mit Spaß an die Sache rangehen. Und ja, Oji, danke nochmal. Ich wünsche dir für die nächste Zeit alles Gute und an alle da draußen, für euch auch alles Gute. Viel Gesundheit und eine gute Zeit. More love, also das war ja more love, more blessings, more energy. Das war der Podcast heute mit... ... ...